Hallo, hier ein neues Video von eurem Mad Master und zwar diesmal, wie werde ich verdammt nochmal mega rich im Eternalland? Im Vergleich zum ersten Guide, der schon gut bei euch angekommen ist, jetzt der Guide zum Ende der Season, wo wir ja alles verlieren werden, was wir sozusagen uns erspielt haben oder einen Großteil verlieren werden, was wir uns erspielt haben und bestimmte Sachen in die neue Season eingehen, können wir dennoch vieles ja behalten und einiges retten, indem wir das dann sozusagen in Eternalland rüber transferieren um da neu zu kaufen und in die neue Season mitzunehmen. Deshalb ist es schon interessant für jeden von uns, da möglichst viel astralen Sand, so heißt die Währung da, zu erhalten, damit wir sozusagen in der neuesten Season uns bestmöglich aufstellen können und ohne Verlust weiter grinden, spielen, wie auch immer wollen wir. Wir drücken Escape, für die es nicht wissen, hier auf Eternalland und da Shop Order. So, hier können wir einerseits Sachen kaufen, das ist jetzt nicht so interessant, ihr seht da, das ist auch alles nicht so teuer, weil es nur die Samen sind, kostet aber schon diese Astral-Serte und ihr seht ja auch meinen aktuellen Wert. Ich habe das jetzt anderthalb Tage oder so, meine Verfahren gemacht, ich war bei Null und habe so 600.000 gemacht, also ihr seht, das scheint ein bisschen effektiv zu sein und funktioniert auch und diesmal wird es auch für jeden funktionieren, sondern es hat keine bestimmte Voraussetzung, außer, dass ihr anbauen könnt. Ich bin also hingegangen mit meinen Spielkameraden und habe mal geschaut, was man eigentlich so verkaufen kann und in dem Shop. Ihr könnt da hier auf Sale gehen und seht dann so, das ist ja alles nicht wirklich was wert. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel Stardust Source nur 1, also 1 zu 1 rüber geht. Auch Acid ist halt 1 zu 1, da kann man auch Wasser einfach rein, also wenn ihr seht, was ihr euch auffüllt, das ist auch 1 zu 1. Das ist schon, finde ich, ein bisschen frech. Dann ist uns aufgefallen, dass die Entwickler das immer auch höher bewerten, wenn man etwas croftet. Also entweder etwas croftet oder die sozusagen die Farben machen. Also jetzt zum Beispiel dieses Feuerzeug, es bringt immerhin 200, aber das Deviant Feuerzeug, da bräuchte man das Deviant für und es braucht auch so ein paar Matze, also hat uns auch nicht so gefallen. Zum Beispiel das Premium Fuel bringt auch nur 100, ist auch nicht so toll. Hier sind wir schon ein bisschen nicer, High Explosive, aber High Explosive zu croft, das ist auch so eine Sache. Ist dann auch nicht gerade billig. Dann zum Beispiel diese Drills und Kettensägen, aber die brauchen dann halt auch wieder alle die Batterien und das sind dann auch die Wands, die dann besser verkauft werden oder die mehr bringen. Und dann ist uns was aufgefallen, nämlich das hier. Das Essen unglaublich teuer ist, also im Verkauf. 12.000, was Höheres haben wir auch noch nicht entdeckt, also 12.000 scheint sozusagen das Maximum zu sein pro Unit. Das heißt, einmal dieses Essen verkaufen würde 12.000 bringen. Unterscheidet sich aber, also Lila ist nicht gleich Lila, hier seht ihr, das gibt nur 2.000. Genauso hier Gold, ein goldener Energy Drink gibt nur 3.000. Also, genauso wie hier diese ganzen Gimmicks, die man sich in die Wohnung stellen kann, die sind eigentlich auch alle relativ schlecht. Genauso wie unsere Deviants, die geben nämlich immer pro Verkauf nur 500. Also wenn wir jetzt hier mal eins verkaufen, da hatte ich zuerst gedacht, dass das vielleicht die Way to go ist. Zum Beispiel über die Solo-Events, da kriegt man ja immer, soweit ich weiß, garantiert einen dieser Mini-Feester. Und dass man so leicht effektiv hochfarmen könnte. Meine Güte, Entschuldigung nochmal. Ist aber nicht so. Dann haben wir festgestellt, ach guck mal, hier, selbst billiges Food, also etwas billig in Form von kosteneffizient oder nicht sehr kosten, dass es Probleme macht, die Sachen zu beschaffen, geben wir 450 pro Stück. Das heißt, wenn man etwas finden würde, was sehr kosteneffizient ist, wird das wahrscheinlich der Weg sein, um am besten was zu verkaufen. Und wir haben uns entschieden. Tada. Es sind die Sanity Gums. Sanity Gums brauchen nämlich nur Wasser und ein Zucker. Eins zu eins. Zucker erhaltet ihr, wenn ihr jetzt hier mal reinschaut. Ich habe wahrscheinlich gerade keine Beete. Da. Eins zu eins von einer Beete. Der Clou ist, wenn ihr jetzt also ganz viele Beet-Beeten anbaut. Beet-Beeten-Beeten. Und betet, dass die Lieder rauskommen. Hier, also ich habe jetzt hier vier Stück. Die haben auch keine besonderen Ansprüche. Also Licht brauchen die voll und Wasser so 80%. Das ist also eigentlich wie alle Pflanzen. Da muss man noch nicht mal so groß umstellen. Wenn ihr aber da auch noch richtig ein bisschen Glück habt, kriegt ihr eine lilane Rübe raus, woraus ihr dann hier dieses bauen könnt. Das Fruity Sanity Gums, braucht eine Lilane, zwei Wasser, zwei Zucker und das Ding verkauft sich auch für 12.000. Das heißt, wir nehmen einfach und spammen die Sanity Gums bis zum Abwinken, verkaufen die und hin und wieder kriegen wir noch eine lilane Rübe auf die Rübe und können die lilane Rübe dann zu einer lilanen Sanity Gun weiter produzieren und haben da richtig Profit. Weil, was haben wir denn verloren? Nicht viel. Denn, ich sage mal, Dünger sollte jeder, den Standarddünger benutze ich jetzt zum Beispiel, weil ich da auch einfach viel zu viel habe. Das ist ja dann einfach nur verdorbenes Fleisch, wenn ihr so wollt oder irgendein Lebensmittel, wenn ihr da nicht genug verdorbenes Fleisch habt. Aber mir verderben die Sachen zu viel. Wasser ist gar kein Problem, sollte jeder haben. Und schaut, 26, also ein Sanity Gums geht für 450. Das ist ein Wasser, ein Zucker. Das ist wahnsinnig gut, das Preis-Leistungs-Verhältnis. Also, raus damit, verkaufen und dann sind wir schon bei fast 700k Astral Sand, um dann uns sozusagen für die nächste Season vorbereiten zu können. Ich hatte dann noch geschaut, was diese Spezial-Items wert sind, aber da konnte ich leider, weil einer meiner Kollegen, der halt viele Sachen croften kann, jetzt zum Beispiel sowas hier, die Rucksack-Erweiterung oder sowas, was das geht. Aber die kann man, glaube ich, gar nicht verkaufen. Der Solar-Bauer, glaube ich, auch nicht. Bio-Mistals waren auch nicht drin. Also, es waren so diese ganz normalen Explosives, aber die sind halt super teuer, weil man da immer Schwarzpulver braucht und Säure. Also, so viel Säure hat dann auch niemand. Es sei denn, ja, macht nichts anderes mehr. Scheint sozusagen das Coolste zu sein, wenn man auf Langzeit geht. Also, etwas, was ihr dann die ganze Zeit produzieren könnt. Und so ein Beet, eine Rübe reinhauen und dann ein bisschen warten ist nicht. Und das Schöne ist, wenn ihr genug Samen habt, die Pilze seit dem letzten Patch, die pflanzen ja die Beete neu. Das heißt, er baut ab und pflanzt dann direkt neu. Und das ist dann ziemlich geil, weil da muss ich mich eigentlich fast gar nicht mehr drum kommen. Da können wir nur zwischendurch mal den Pilz leer räumen unten in seinem Käfig oder Behältnis, wie man es auch immer nennen möchte. Und das ist der Weg, wie ihr wirklich effizient, ganz krass viel Astral-Sand produzieren könnt, ohne große Mühe, meiner Meinung nach. Wahrscheinlich der beste Weg. Ich habe noch keinen besseren Weg gefunden oder gesehen. Wenn jemand einen besseren hat oder einen noch leichteren, gerne raus damit. Also, ganz dumm ist natürlich, man kann sich einfach ins Wasser stellen, Wasser sammeln und das Wasser verkaufen. Aber das verkauft sich auch nur eins zu eins. Da kommt ihr nicht weit mit. Da finde ich dann halt so eine Lösung viel geiler. Vor allen Dingen, wenn ihr bedenkt, dass wenn ihr einmal oder zwei, also meistens habe ich zwei bis drei Rüben aus den Beeten von einer Fuhre. Da habe ich da ja schon 36.000. Also, wenn ich drei Rüben habe, dann sind das ja 36.000 Astral-Sand. Das ist wahnsinnig. Wie gesagt, also den Wert, den ihr jetzt gesehen habt bei mir, beim Astral-Sand, das ist jetzt einfach zwei Tage von 0 auf fast 700. Oder wie viel habe ich jetzt hier? Gucken wir mal nochmal kurz. Also, ich hatte, ich glaube, ich hatte 60.000 und bin jetzt bei 86.000. Und das ist etwas, was ich tatsächlich passiv nur machen kann, weil ich gehe meine Farmroute, komme nach Hause, mache den Pilz leer. Hin und wieder muss ich neu pflanzen. Das ist leider, wenn man zu wenig Samen hat oder so, dann passiert das schon mal. Leg die Rüben hier rein, mache aus den Rüben Zucker. Mach dann aus dem Zucker und Wasser die Sanity Gums. Da. So ungefähr. Zack. Und bin dick im Profit. Und das mache ich ja auch nicht, weil das stelle ich dann mal im Croft rein. Meistens sind das dann 99 mal 99 mal 99. Und dann war es das und dann kann ich wieder weggehen und dann am Abend oder am nächsten Tag kann ich das alles verkaufen und habe ein dickes Bankkonto sozusagen im Eternalland. Das soll es aber jetzt auch schon gewesen sein von mir. Ich hoffe, der Guide hat euch ein bisschen gefallen, konnte euch weiterhelfen. Wenn es euch gefällt oder auch nicht, gerne Kritik immer da lassen, wie gesagt. Alles raus damit. Wenn, wie gesagt, wenn jemand einen besseren Weg hat, um Gottes Willen, sharet den bitte. Ich hätte da große Interesse selber dran. Wobei, ich glaube, inzwischen weiß ich auch schon wieder nicht, was ich mit dem Geld da alles anfangen soll. Also sowohl mit den Links, Energy Links, wie jetzt mit dem Astral Sand, bin ich einfach gut aufgestellt für nächstes Season. Sollte also für mich gar kein Problem sein, irgendwas zu erreichen. Bis dahin, bis zum nächsten Video, euer Matt Master. Baba.